Es war es nicht zu ahnen, ein Lied geht natürlich mal in Deutschland wieder gesperrt, ist ja klar. Gut, ich habe es auch lausgestellt, ja. Dann machen wir erstmal was anderes. Weil ich will, wenn wir einen Soundcheck 20 haben, und mit der 19, ich will ja heute an, wenn die 20 noch hochladen, bin ja gerade schon dabei. Ähm, ich lasse nochmal die Box, die ist hier offen. Hält natürlich auch. Hält nicht, dass wir gerade das ein bisschen, ist ja real. Fangen wir von den anderen an, nur mit das natürlich. Da findet er runter gedreht, was man hören will. Also könnt ihr mal hören, wann welche Box dann ist noch abgeliefert. Und einfach mal einen Soundcheck. So halt, Bass haben wir 0. Wenn der war, ist er voll. Fangen wir auf 1 an. Alles läuft ruhig. Auf 10. Ich werde da schon hin, wenn irgendwas rattet, dass wir jetzt mal die Schnur, oder dann mal kommen. Mit Kameraden gerattet. Schätzt sich? Also bis jetzt ist der Schrank am schnellsten, auf minus 40. Ähm, vielleicht auch schon 45. Aber mach es jetzt nochmal so grob. Also das schnellste ist der Schrank, der anfängt. Gucken wir mal, ob die Tür, die ist ja nicht abgeschossen jetzt. Oder? Nein. Schauen wir mal. Jetzt ist nur der Schrank. So. Jetzt fängt es an. Die Rückwand hinten von dem kleinen Schrank. Das ist die Rückwand. So. Gehen wir nochmal her. So. 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 das doch so wenig macht und dann fängt es an. Ich zeige euch gerade mal wie es hochladet schon hier. Sollte eigentlich 19 werden, aber es hat jetzt 18 geworden. Hier lege ich gerade 19 hoch. Und jetzt tue ich das hier anschließend die Kamera, tue es hier rüber schicken und dann lasse es auch noch hoch. Also bis dahin und ciao.